Warum hast du das gemacht? Hans, hör mir zu, das war ein Unfall. Ich habe dir gesagt, dass du das nicht machen sollst. Irgendwie habe ich die Kontrolle verloren. 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 Rudi, warum hast du mir die Waffe an den Kopf gehebt? Ja, also gut, Hans. Ich war halt in der Mikro und ich habe Katja gesehen. Und du weisst, Katja ist mein Ein und Alles gewesen, bis du kamst. Rudi, hör jetzt auf. Ich sage dir, du bringst mich zum Weinen. Ich muss jetzt weinen wegen dir. Ist es das, was du wirst? Kannst du mir das einfach erklären wollen? Rudi, wir werden sehen, wer gewinnt. Weisst du was, es ist einfach fertig. Und ich werde mich revanchieren. Ich werde mich rachen und bei dir. Ich werde dich vielleicht ermorden. Du weisst schon zu sehen. Kat. Und jetzt geht's.